Ach, sehr schön. Das Wiedersehen der beiden. Na toll. Wurde nicht angelehnt. Ein Held. Ich ziehe mir wieder getroffen. Ich weiß nicht, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt, True. Ziehe weh. Bring uns nach Hause. Auf zur Schlacht. Der Unschopf freigertet etwas mehr. Jetzt beginnt es also die große Schlacht. Im Kärmau hin. Wir haben keine Armee, keine Unterstützer. Das kann ja lustig werden. Nur die 5, 6 Leute, die schon da sind. Immerhin haben wir einen Zwerg. Das ist komplett was. Sorry. Ich ziehe. Sie sind jetzt also. Willkommen zurück, Kind. Ciri! Sie hat so... okay. Mann, bist du hübsch geworden. Hab die noch nie so crashen wird. Stehen wir hier nicht rum. Begrüßt lieber die anderen. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr... seid so wie in meiner Erinnerung. Du dich aber. Was? Kleine Schwester. Da ist Triss. Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Aberlach ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht. Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Ja, alle sind hier, die ich um Hilfe gebeten habe. Den einen. Der Sultan. Ah, toll. Uns bleibt kaum Zeit. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Möchtet ihr vielleicht allein sein? Tut mir leid, wir wollten nicht. Ich weiß. Ist nur eine einfache Frage. Möchtet ihr allein sein? Wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Sie hat es scheinbar gut aufgenommen. Nein, hat sie nicht. Ist lange her, seit wir hier waren, oder? Zu lange. Wie geht's dem Gästezimmer? Alles so wie früher? Das Bett. Es ist kaputt. Kein Problem. Wir schlafen auf dem Boden. Legen einfach ein Fell aus und... Da ist jemand eivorsüchtig. Wir sollten wohl gehen. Oh, toll. Zwei kaputte Schwerter. Eine Schlacht. Besser als alle anderen. Was kannst du uns über die Magie sagen, die sie benutzen? Ihre Navigatorin... Betritt die Restung. Keamorin unterhalte eine Beratung. Wo hast sie gefunden? Ja. Im Ende ist Sultan da. Du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Würdest du mir etwas anfertigen? Klar, wenn du ein Schema hast. Haben wir denn ein Schema? Wie ganz schön. In Telle vorhanden. Vier Rüstung. Naja, immerhin. Das wäre mir etwas anderes noch lieber. Aber... 42 Rüstung. Das ist nicht schlecht. 30 Rüstung. 38 Rüstung. Wenn man die nicht so toll aussieht. 42 Rüstung können wir gebrauchen. Na schön. Wir reden später, Sultan. Für die Schlacht können wir es auf jeden Fall gebrauchen. Die Handschuhe sind sehr gut. Ich glaube, die sollten wir behalten. Gerade für die Schlacht. Gegen vier Rüstung sind wir es. Obwohl es besser aussieht. 38 Rüstung sind wir mit 42 Rüstung getauscht. Naja. 88 Rüstung haben wir hier. Handsrüstung. Das sieht halt richtig kacke aus. Für die Schlacht wäre es halt wirklich... 88 Rüstung, das wäre schon... Das wäre was. Würde ich dann mal nehmen. Für den Kampf. Bis dahin können wir... Bis zum Kampf, bis zur Schlacht können wir so rumlaufen. In der Schlacht würde ich dann da mal das andere ausrüsten. Wolf? Da hat ja jemand gute Laune. Wenn sie bluten, können wir sie töten. Da hat ja jemand gute Laune. Wir können es schaffen. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Was gibt es für Fortschritte? Nicht. Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Ob klar. Grüß dich, Wolf. Verdammt. Ich war vor dem Kampf gegen den Drachen nicht so nervös. Du hast sie schon einmal besiegt. Ich weiß, du wirst es wieder schaffen. Ich kenne dieses Gesicht. Was beschäftigt dich? Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Alle sind hier nicht viel. Aber ja, das wird ein harter Kampf. Im nächsten Stream. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Zier. Will sie mitnehmen. Hier werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Auf jeden Fall. Eredin, der König der Jagd, ist überzeugt, dass er uns mit seinem Angriff auslöschen wird. Wir müssen die Initiative an uns reißen. Seine Pläne durchkreuzen. Ich erschaffe eine magische Kuppel über der Festung. Das wird sie zurückschlagen. Wir müssen den Überraschungseffekt der Messer. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Klingt nach einem Plan, den ich bis zum nächsten Stream komplett wieder vergessen haben werde. Naja, beides irgendwie... Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Was können wir sonst noch verwenden? Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen. Unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten. Aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Das Schließen der Mauer hat vor. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ich hoffe, das waren die richtigen Entscheidungen. Ich werde alles bitter bereuen, weil ich meine... Halleluja. Wir haben viel zu wenig Neuzang. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimeritium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Ereddin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Einige Stunden später. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Ich möchte darüber sprechen, was uns erwarten wird. Danke. Kein Interesse. Sprich mit Ciri. Die ist in einer tollen Stimmung. Deine Tränke. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Bewegen wir schweigen. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt sofort. Verlass die Festung und gib die zu Lampart, wenn du bereit bist, der Willen gehabt entgegenzutreten. Da machen wir zwischendurch auf jeden Fall noch eine Pause. Eine Punkt hier rauf. Ob ich denn da angriffe. So, auch wenn es hässlich aussieht, das spielt jetzt keine Rolle mehr. 288 Rüstung, wo wir dringend. Sieben sonst Rüstung auf die. 333 Rüstung. Aussehen ist jetzt mal sowas von scheißegal und drittfrängig. Wir brauchen in einem Kampf gute Waffen. Silberschwert. Das macht am meisten Schaden. Das ist schon sehr kaputt, aber es wird wohl noch ein bisschen reichen. Stahlwaffe. Wir brauchen eine bessere Stahlwaffe. Mit neuen Schaden. Mit 42 Schaden und 23 Kredits stärker. Mit 42 Schaden. Gut, der ist, glaube ich, eher die besser wegen der Ruhe noch. Okay, die Armbust mit 14 Schaden. Stumpe Armbustpulzen. Breitkopfpulzen. Okay, ich denke, Bomben haben wir keine. Und doch, doch, wir haben Bomben. Mondstaub. Da weiß zwar noch nicht, wie man die einsetzt, aber Angriffskraft gegen Geister. Möchte ich bitte ausrüsten. Okay, ein Stock brauchen wir für Essen ganz dringend. Verzerrbares. Das machen wir nicht mehr so viel. Angriffskraft gegen Geister brauchen wir dringend. Nun können wir das nicht ausrüsten. Das ist ja schlecht. Gucken wir mal, dass ich nie mehr nie noch was herstellen. Das sind die Tränke, die wir haben können. Weitkopf, Verliftung. Angriffskraft. Das brauchen wir. Und dann haben wir eigentlich aus irgendwelchen Gründen haben wir keinen mehr davon. Okay. Das, was wir noch ausrüsten können. Facke. Und anderes Schwert hier hin. Und wahrscheinlich nicht. Und dann will ich mal so dringend vorschlagen, ein bisschen zu meditieren. Und auch nicht. Und für aufgeladen. Gut, na dann. Gut. Und wie sie versteckt hatte, konnte Geralt sie endlich finden. Doch sie konnten ihr Wiedersehen nicht feiern, da die wilde Jagd bereits auf sie herabstürzte. Sie flohen per Teleport nach Kermor hin, wo ihre Freunde sie bereits erwarteten. Und so geht es also heute in die Schlacht. Ja, ich habe hier die beste Rüstung ausgerüstet. Ich würde sagen, mit zwei kaputten Schwertern. Aber es wird schon irgendwie... Das sind die stärksten Schwerter, die ich habe. Oha, jetzt wird's ernst. Sie sind hinter dir her. Was auch passiert, du darfst dich nicht in Gefahr begeben. Soll ich nur da sitzen und warten, während andere ihr Leben für mich riskieren? Gutes Argument. Hör nur dieses eine Mal auf mich. Tu auf keinen Fall etwas Ungedachtes. Sie wird's nicht tun. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Naja, und wir brauchen irgendwie... Ich mag's, wenn du lächelst. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau im Kampf. Also, naja. Alles wird gut. Ja, die Rüstung sieht jetzt nicht gerade wunderhübsch aus, aber es ist halt die... das definitiv die Stärkste, die ich habe. Wir können dann auch mal nachgucken, bevor es losgeht. Hier haben wir 88 Rüstung, plus 20 Durchbohrungsschadenresistenz, plus 20 Zerschmetternresistenz, plus 30 Aufschnitzenresistenz. Also, die Rüstung ist eigentlich ziemlich top. Das würden sie vielleicht den einen oder anderen Treffer vom Hals halten. Die haben noch 27 Rüstungen auf den Handschuhen, man hat 33 Rüstungen auf den Hosen, 25 Rüstungen auf den Stiefeln. Also, es müsste eigentlich... Vielleicht kann man den einen oder anderen Treffer damit... damit abhalten. Hier haben wir ein paar Bomben, von denen ich noch nicht weiß, wie man sie einsetzt. Aber, ja... Wir haben das Schwert mit 109 Schaden. Was hier was noch relevanter ist, Schwert mit 253 Schaden, also 27 bis 233 Schaden, das Silberschwert. Das hätten wir wahrscheinlich für die Wilde ja gebrauchen können. Okay, das können wir darauf nicht anwenden. 46 Prozent. Okay, die hat halt nur noch 25 Prozent. Du siehst in Angriffskraft gegen Geister, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, wir wären es wohl noch... Wir wären es wohl... Wir wären es schon angeschaffen. Zu verlassen die Festung und gib dich zu, Lambert. Bin bereit, bis der Willen gehabt, in die zu treten. Bin absolut nicht bereit und wir haben absolut viel zu wenig und wir haben... Wir haben einfach verpasst, die Leute anzuhören. Wir sind hier zu 6 oder zu 7. Die Schlacht wird der reinste... Das wird der reinste Horror. Ab was soll's. Auf geht's. Geben wir unser Bestes. Wir haben heute ein ganzes Team Zeit. Wenn wir von hier ankommen, wenn wir getötet werden, können wir es ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal versuchen, bis ich kein Dach mehr habe. Das kann ja heiter werden. Nein, ich bin kein besserer Mist. Ich bin ein Realist. Ich sehe, ich habe... Ich habe hier nur 5, 6 Leute in der Schlacht gegen ein ganzes Heer. Das sind so Top-Leute hier. Aber... Ja... Lasst alle vom fahren. Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort. In den Wald, wo er schutzlos ausgeliefert ist. Und... Ich ... Naja... Wir wollen Final Stein, aber... Na ja... Ah-hah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017